so fahren wir noch mal eine ich soll hervorgehobene strecken strecken die mit fahrern einkommen generieren wir sind wahrscheinlich die lier dann probieren es einfach mal eine neue strecke das heißt dass sowas da blinkt generieren kein einkommen okay bleiben wir bei unserem erdkast bus so gut probieren und wir beginnen die fahrt mit unserem erdkast bus weiterhin okay ich hoffe dass wir jetzt ein bisschen das event hochpushen das ding da hochpushen also 85 prozent kann ich bitte eine fahrkarte haben ja senior danke eine tische blöcke zur seite steht wieder irgendwann heim in der tür jetzt mal dankeschön Und irgendwie immer so dann entspannen. Entschuldigung, ich habe gepustet. Wochen, Senior, zwei. Ich bin seit langem bei Nacht. Jetzt haben wir ein ganzes Stück vor uns. Jetzt müssen wir jetzt langsam bis Level 12 hocharbeiten. Dann kann man nämlich auch sein X kaufen. Irgendwann hoffentlich mal. So. 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 tja so einmal einschalten weil ausschalten einschalten ja auch immer wenn keiner will so So, ich empfehle dir dann aber gleich die E-Haltestelle. Jupp, jupp, gerne. Einzelstandard. Oh, Schwarzfahrer. Dankeschön. Und irgendwie hat er wieder sein Scheißding gelassen. Die letzte Folge von Winter der Leidenschaft hatte ich so viele überraschende Wendungen. Bitte alle aussteigen. Toilette zur Haltestelle. Dann sind wir durch. Ziele rechter Bingen. Einmal aussteigen. Tschüss. Jetzt bringen wir das bisschen noch zurück. Nach Hause. Dann ist auch wieder Feierabend. Das ist schon. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es dauert jetzt, bis wir jetzt hier wieder zurück zum Bus-Tippo sind. Hier ist es gut. da kommt der grün so da haben wir mal feiern wenn wir hier durch sind hier ich habe eine roten Apfel überfahren, die habe ich nicht gesehen diesmal wirklich nicht ich habe so viel Kosten gerade für Usa mit dem Bus hier so naja zweieinhalb tausend das ist hier keine Farbe, sehr schön auf zwei Level, dann habe ich meinen Gelenkbus frei so transportierte Fahrgäste 452 so Streckenplanung, wie sieht es momentan aus ist jetzt irgendwas geändert mittlerweile 55 doch, es hat sich was geändert ich hätte mich im 51 so, in der nächsten Folge machen wir damit weiter so 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 so